Und wir machen einen kleinen Let's Play. Und weiter geht's. Richtig. Wo sind wir stehen geblieben? Ich habe gerade ein paar Mal gefailt. Ich habe so einen hübschen Assassin-Auftrag gemacht. Und stell dir vor, das ist jedes Mal schiefgegangen. Ich habe zwar alle Wachen umgebracht, aber das Ziel, was ich ursprünglich nicht machen sollte, das ging schief. Das Ziel war nicht alle Wachen umbringen. Nein, das ist es nicht. Ich wollte alle umbringen und dachte mir, dann hebe ich mir das Beste zum Schluss auf. Und das war eine falsche Überlegung. Oh. Was habe ich hier gerade mitten in der Stadt? Ja. Mach so das Nekas. So. Ich gucke, ob es noch Assassin-Aufträge gibt oder ob ich mir schon alle kaputt gemacht habe. Ne, da ist noch einer. Oh, ich schaffte es nicht mal mehr, wenn ich in der Solo-Führung reingehe. Oh, es gibt ja Fast Travel. Das wusste ich gar nicht. Ich habe das Geburt. Oh, ich hätte mir schon so viel Zeit ersparen können. Oh, da sind neue Assassin-Kontakte, äh, Kontaktschleider aufgetaucht. Ach, da sind die, ah! Ah, die Mission, die ich gefehlt habe, die darf ich jetzt normal machen. Das ist cool. Das heißt, äh, ich habe das Spiel nicht kaputt gemacht. So, jetzt ist... Schade, dass du jetzt nicht zugucken kannst. Das ist eigentlich quasi das, was ich gefehlt habe. Und das kann ich jetzt nochmal machen. Jetzt probiere ich mal was aus. Entweder gehe ich in Stealth-Modus oder gehe ich in die Pistole und knall ihn ab. So, und da das Letzte. Die Frage ist, wenn ich den jetzt abmuchse. Sehr schön. Hat niemand mitgekriegt. So, jetzt ist da noch der Obermacher. Der andere... Von den vier Wachen habe ich keine Angst. Der da wäre nochmal interessant. Wollen wir hier den markieren lassen. Komisch, den da irgendwie. Was cool ist, du kannst so aus dem Busch rauspfeifen. Und dann gucken die anderen so blöd. Und dann... Das ist einホ Jim? Ihr habt ihr seid. Das ist gut. Die sind. Das ist gut. Ihr habt. Wir haben. Wir haben. Wir haben. Wir haben. Wir haben. Wir haben. oh gut ich bin übrigens gerade gestorben okay das war ein fail schon wieder also ich hatte eigentlich gehofft wenn ich den typen einfach erschieße ist er tot so wie die meisten billig NPCs aber der hält anscheinend ein bisschen mehr aus aber egal wir suchen es noch mal ja riva riva Okay. Ein bisschen dumm ist, dass ich erst eine Pistole habe. Ach, Kopfschuss. Ach, Kopfschuss. Alter! Da gehen wir nicht lang. Nein, ich will jetzt nicht kämpfen. Das bringt nichts. Oh, das sind jetzt nur drei. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Also anstatt wegzurennen, habe ich jetzt erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wachen umgebracht. Naja, jedenfalls droppen die ein bisschen Geld. Naja, mal kurz nachladen. Naja, jedenfalls droppen. Naja, jedenfalls droppen. Naja, jedenfalls droppen. Naja, jedenfalls droppen. Das war's für heute. Das war's für heute. Scheiße. Manchmal ist das Spiel so einfach, wo du denkst, scheiße ist es einfach. Und da gibt es Momente wie jetzt, wo du denkst, es ist fail. Kurz mal.